Ich rette dich. Nein, wir sind hier. Geh doch in meine Bank rein. Meine Bodyguards machen euch fertig. Ja, das Ding ist, ich sehe es gerade. Deswegen muss ich mich auch hinten einschleichen. Pass auf, ich mache es jetzt so, Dana. Ich buddel mich jetzt bei dir durch. Du lässt meine Bank in Ruhe. So, Dana, ich bin da. Ich rette dich. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Mann, die haben mich auf offener Straße angegriffen und nicht in meiner Bank. Hey, deine Bodyguards. Ach so, auf offener Straße. Ach so. Ja. Ja, ähm, raue mich jetzt. Ich bin auch ausgelaufen. Ich wollte mir Geld holen. Dann raue ich jetzt deine Bank aus.